moin moin meine lieben leute willkommen zurück zu einem weiteren teil der lost in random reihe wir müssen uns jetzt auf den weg machen zu nischka denn nischka haben wir alle änderungsstücke das heißt wir können sie könnte uns vielleicht den tateringang erklären wie der fahrt der hier ermordet wurde oder wer es war vielleicht sogar so wir reisen zurück zu ihr stückchen ist gar nicht so weit weg also das gleiche vorne mit glaube ich ja ja ist ja gut ich stehe auf jeden fall hier irgendwo vorne bevor wir reingekommen sind weiß nicht mehr wo da ist sie doch die alte nischka genau da steht sie so jetzt tut sich stund wir müssen nicht schaden die ist die auf dem berufplatz warte mal gleich ich habe die baroness getroffen aber ihr müssten auch noch was erzählen sie ist die furchterregendste frau die du je begegnen wärst und dann wärst du bemerkt dass ihr kleid aus kanonen gemacht ist sie ist taff sie duldet keinen idioten und irgendwie mag ich sie dies wie eine drillmeisterin die anderen drillmeister zeigt man wie noch fieser wird okay das sind alle drei drei länge ich werde meine suche fortsetzen was ist es belohnung säurekanone eine alte kanone aus dem keine würfelkrieg kommt ins spiel und schießt säurepfeile sie wird nach 30 kunden aus dem spiel entfernt okay gut dafür holen wir uns kurz noch ein bisschen kohle da und dann müssen wir uns auf den weg machen jetzt ist die frage auf die karte gucken wo ist denn diese nanny jetzt frage ich mich gerade wo war die wo war die wo war die nanny noch mal also die die muss doch auf dem kriegsfeld in deiner mitte irgendwo ne guck mal die werden sie schon finden ist der mono welcome to the warriors meditation it's much calmer than the warriors training hi greetings truth and victory seeker to begin stretch your arms okay tiefes ausatmen so ich kann es fühlen ich kann du hast gar nichts gemacht die wege finden einen weiteren weg ok schräg der typ da ist glaube ich noch eins von dem mädchen kann es sein ach der schatten man ich will die tschu verkehrt about me was höre ich habe ihn werden Oh, oh. Ich mache so schnell ich kann. Oh, are you? Klar. Das stimmt doch gar nicht. So, da ist das dritte Mädchen, ne? Oder noch eins von den Mädchen. Hallo, Evan. Deine Schwester sucht nach dir. Schade, Evan. Du wirst noch nicht wissen, wie du sagen willst. Aber es ist okay. Ich weiß dich, Evan. Du verstehst mich, nicht wahr? Ähm, eigentlich nicht. Meine Schwestern. Ich habe sie auch schon angeschaut. Du willst mir sagen, dass wir uns mit den Spurbritzen treffen, nicht wahr? Ich gehe da jetzt. Seid uns, wenn wir alle gesammelt werden, und ich werde etwas für dich haben. Okay. Müssen wir noch eine finden, glaube ich, ne? So. Jetzt müssen wir uns kurz hier rumgucken. Da. Perfekt. Guck mal, von hier sind wir doch beim ersten Mal gekommen. Wir gehen draus mal rein. So, wir kaufen jetzt mal was Neues hier. Was hat er noch zum Angebot? Zeitfalle. Beschwerer nur, die Gegner verlangt. Hatten wir schon. Ich glaube, Sonne-Karte nehme ich auch nochmal mit, wegen des Hörbelspielers. Was ist das denn? Schnellziehung. Jeder Kristall hat einen höheren Wert. Erhöht die Geschwindigkeit, wenn den Karten gezogen werden. Okay. Wir sammeln noch ein bisschen. So, jetzt sind wir wieder hier vorne. Und jetzt können wir das doch wieder eigentlich hinkriegen, oder bin ich verkehrt? Müssen wir nochmal mit ihm reden? Ich war bei deinem Training und bei deinem Entspannungskurs. Ja. Und? Deine hat mir besser gefallen. Really? Really? Das macht mich glücklich! Das macht mich Mörder-Sadness mit einem Hex! Sadness liest in Piezen an meinem Kopf! Der dreht auch mal ein bisschen durch, ne? Es ist so eine glückliche Ollege! Danke! Wo sind wir? Belohnung. Geil, 250 Münzen bekommen. Na gut. Das ist nämlich der Hügel der wilden Karten. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwo mal diese blöde Tante finden. Wo war die denn noch gleich? Die war ja auf irgendeinem Marktplatz, war die, ne? Ah, okay, Mandy. Wir können aber schon was wieder kaufen. Schmiede-Blinzeln hatten wir schon. Ich nehme mal das Gift drin hier. Nehmen wir auch mit. Oh, das reicht jetzt noch. Danke! So, unsere Karten, unsere Stacks können wir natürlich noch verändern. Müssen wir auch noch mal machen. Guck mal, wir gucken mal hier. In der Tarn. Da könnten wir ja auch mal ein bisschen was rausnehmen nochmal. Was haben wir hier alles drin? Diesen Würfel nehme ich raus, den finde ich total blöd. Ähm. Lass uns mal ein bisschen Gift nehmen hier. So. Weiter. Perfekt. So, jetzt finden wir auch das, was wir suchen. Pass auf. Ja, da waren wir schon. Das ist ja die, ihr habt gefahrene Tante. So, Gebiet des Herzogs. Ich weiß nicht mehr, wo das war, ey. Hey, hier habe ich mich verlaufen. Leider. Warte mal, wir müssen auf die Karte gucken. Ich glaube, wir müssen zurück. Die ist ja irgendwo hier unten. Kann das sein? Die steht doch irgendwo bei Dreiheit. Steht die doch hier. Im Dorf drin. Da müssen wir hin. Genau. Das machen wir jetzt. Wenn wir überhaupt zurückkommen, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich glaube schon. Ich bin da. Wir müssen wieder bilden Karten, ja. Auf die Karte gucken. Jetzt sind wir da. Das heißt, wir müssen jetzt nach unten gehen, ne? Wir müssen nach da gehen. Ich glaube, einen Weg gibt es da gar nicht. Da geht es zum Gebiet des Herzogs. Da steht sie aber nicht. Das heißt, es muss hier irgendwo einen Weg geben. Oder sehe ich das verkehrt? Jetzt gab es da mal einen, oder? Hier ist es hier ein Kampfareal gewesen. Ach, doch, jetzt weiß ich wo. Warte mal. Hier durch, ne? Wo war das hier unten? Ich weiß es nicht. Du bist es auf jeden Fall nicht. Genau. Okay, und sie steht da. Beim Marktplatz. Was ist das heißt? Hm. Marktplatz finden wir schon auch noch. Hm. 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 Ich müsste hier irgendwie so einen Punkt haben, wo ich mich sehen kann. Das wäre irgendwie cooler. So, was steht hier denn? Das alte Verlies gibt dir Baroness. Es ist gut. So. Hm. Guck mal. Was steht hier? Ach Mann, ist das blöd. Warte mal, wenn ich hier durchgehe. Warte mal, da geht's. Guck mal raus da. Ach Mann. Da geht's zur Grafen, da geht's zum Baroness und da geht's zum Herzog. Zeig mal noch mal das Schild. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Echt nicht. Das nervt mich auch so ein bisschen. Dann sind wir gekommen. Okay, hier wären wir jetzt ja direkt. Hier sind wir jetzt. Warte mal. Irgendwie ist das... Okay. Das ist der verkehrte Weg. Echt jetzt? Ich verlaufe mich hier einfach nur, weil ich zu blöde bin, mir irgendwas zu merken. Das ist doch ein bisschen nervig, oder? Wie komme ich denn da runter? Kann's doch gar nicht geben. Wie blöd kann man denn sein? Ja, jetzt hoch zum Herzog. Kann's ja nicht richtig sein. Aber hier gibt's ja vier Wege. Aber ich bin... Wo stehe ich denn jetzt genau? Kann nicht sehen, wo ich stehe hier, ne? Das ist doch verrückt. Ich find mich hier nicht zurecht. Es tut mir echt leid, Leute. Ich find mich hier einfach nicht zurecht. Da geht's zum alten Verlies. Kann ich sie darauf sehen, das alte Verlies? Ich muss doch da runterkommen zu diesem Marktplatz. Und da sind wir gekommen. Und da ging's... Warte mal noch mal zurück hier. Du musst es ja hier längs gehen, oder? Das sieht so aus, ob wir hier von oben in die Schützengräben runtergegangen sind. Uns fehlt noch jemand, oder? Warte, wo sind die anderen Schwestern? Die bitte? Sind deine Schwester Geister? Und wenn du das machst, hoffe ich, dass sie nicht wie ich bin. Selbst... Es sind drei Hände, die du dafür musst, um zu bemerken zu sein. Aber sie sind nicht die Triplatte, die du denkst, sie sind. Du hast so viel Schmerz vor dir. Ich habe dir ein Gift gebetet. Aber das ist alles, was ich dir geben kann. Eine totes Mädchen, hofft mit all ihrem Herz, dass deine verletzte Schwestern nicht ihre Feind verbrechen wird. Schwester im Geiste. Belohnung? Die 8 des Zorns, beschwöre einen bedrohlichen Okteder, der nach einem Schuss oder Treffer explodiert und jedem Wesen in der Nähe Schaden zu fliegt. Nach 30 Sekunden wird er aus dem Spiel entfernt. Okay. Guck mal, hier geht's rüber. Da kommen wir hin, wo wir hinwollen. Hätte man auch wissen können. Ein kleiner Kumpanier, sah er, wie er etwas hat, was er gesagt hat. Was? Natürlich mag ich dich, Daisy. Warum fragst du? Sie sind so böse. Wir beide können gefährliche Dinge bewirken, nicht nur du. Mir ist egal, dass du deine Vergangenheit nicht kennst. Ich weiß, wer du jetzt bist, mein Freund. Wir helfen anderen. Denk immer daran, du bist stark, aber nicht furchterregend. Du bist gut. Wie du diese Staltung bewegt hast? Nur weil du Dinge tun kannst, die andere nicht können, heißt es nicht, dass du böse bist. Willst du die Wahrheit wissen? Erst hatte ich Angst vor dir. Aber jetzt bist du wie ein Bruder für mich. Hm. Gut. So, das ist jetzt der richtige Weg. Bin mir zu 1000% sicher. Darum steht auch schon unsere Nischka. Endlich. Ey, Mann, ey. Dumm kann man doch sein, sich so zu verlaufen. Nischki, nischki, nu. So. Was über den Graf gab mir diesen kleinen Finger? Den Finger? Es erinnert mich an etwas. Es war die Kampf mit dem König. Und er und ich und wir. Ach. Ich bin Angst, es ist weg. Aber es ist deutlicher geworden. Bring mir mehr. Ich brauche mehr, um mich zu erinnern. Ich habe noch einen Gegenstand für dich. Was über den Graf gab mir dieses Prozess? Ich war mit dem Herz und hat mir dieses Porträt gegeben. Oh, das Porträt. Of the children, the triplets. And their father, their poor father. The king killed, killed while I, while he, I can't remember. Ich brauche mehr, mehr Objekte, um meine pooren Erinnerung zu erinnern. Wahrscheinlich kämpfe ich gleich gegen sie. Ich glaube, sie ist die Killerin. Wahrscheinlich packt sie das Schwert davon. Pass auf. Ich habe noch diesen Arm bekommen. Mein Arm. Ich erinnere mich, ich war dieses. Ich habe das benutzt, um den König zu erinnern, wenn er, auf der Nacht, wenn er, aber dann, oh, es ist weg. Es ist weg. Bitte bring mir mehr Objekte. Ich habe so viel zu erinnern. Ich kann es fühlen. Ich habe noch einen Gegenstand für dich. Was über die Waffe waren wir wieder? Ich habe diese Waffe. Bei dem Dicemaker. Ich erinnere mich. Es kam für uns so schnell. So sauerhaft. Wir konnten nicht... Ah, es ist auf der Kippe meiner Höhle und dann ist es weg. Es ist... Ich bin sorry, Ewan. Was waren wir über die Waffe? Bitte, Ewan. Bring mir mehr Objekte. Sie helfen sich. Aber zusammen. Ich bin sicher, ich kann... Ich bin sicher, dass ich etwas erinnern kann. Ja, Ewan. Du hast es gemacht. Sie sehen, dass ich sie zusammen gesehen habe. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Oh, bei dem Dicemaker. Du hast mich erinnert. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Oh, jetzt kommen sie alle. Oh, jetzt kommen sie. All right. Welche von euch Pranksters springt die Pelle? Ich wusste, dass es ein Trapp ist? Assassin! Oh, Trapp. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, Kinder. Dicke. Du bist alive. Du bist alle schade. Du hast dir begrennt. Du hast ihn verraten, dein Vater das liebte. So. Und wie er erinnert hat. Er warst du dir. Aber das, das? Das ist einfach nicht so, wie er dich hat. Hör. Ich war da die Nacht, als dein Vater wurde murdered. Und Nishka, die Bodyguard, erzählte vividlich was die Nacht passiert. Es war eine Geschichte von eine Gordlady, von einem Blatt gegen Mechanical Arm. Und ein Kold-Blooded-Murder. Ich wollte meine Dage rollen. Das war so, wie die Kampf waren in die Zeit. Aber dieser Murderer nicht mit den Regeln. Das war so, wie die Kampf war. Ich habe die Worte gegeben. Ich habe die Worte gegeben. Ich habe die Worte gegeben. Und dieser Worte war... ... der Shadow Man. Bernie! Oh, hey, eben. Hier bist du! Ich sollte da sein, um dich zu beurteilen. Ich bin schuldig mit der Angst, um dein Vater zu verlieren. Und ich bin weg. Ich bin so sorry. Ähm. Es scheint, dass diese Worte vielleicht nicht gewesen wäre. Diese Worte war alles, weil ihr drei nie mit uns gesprochen habt? Ihr Leute sind das Schlimmste! Mhm. Recht hat sie. Recht hat sie. Danke für das Outfit, Bernie. Du denkst, du bist jetzt okay? Natürlich. Ich kann meinen Weg nach Hause mit meinen Augen öffnen. Easy peasy. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich werde sicher, dass er nach Hause kommt. Und gute Glückwunsch zu dir. Ich bin nicht gut bei den Schrauben. Sag Hallo an Odd. Oh, ich habe fast vergessen. Du magst Pips, oder? Das ist alles, was verlassen von Mr. Shady, wenn du ihn verbreitet hast. Wunderbar, oder? Oh, danke. Hey, Leute. Okay. Hier geht nichts. Hey, Eben. Hey, Benny. Danke für die Karte. Oh, heck. Ich habe es dort gefunden. Ich habe gedacht, es könnte etwas cooles machen, in ein Karten-Games. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe, du magst es. Was für Freunde sind? Genau? Hast du Ort gesehen, Bernie? Ich wünsche, dass ich es hatte. Ich meine, nein. Ich wünsche, dass ich es hatte. Ich wünsche nicht, dass ich es hatte. Weil es eine 6er sein sollte, magisch sein. Aber die Nanny war wirklich für alle. Es ist gut, dass ich sie nicht gesehen habe, weil das bedeutet, dass die Nanny sie nicht bekommen hat. Zumindest nicht noch. Entschuldigung, Eben. Es war ein verrückter Tag. Ich möchte nur nach Hause gehen. Sure, ich werde ihnen sagen. Ich hoffe, dass dein Vater mich noch nicht immer schmerzt, wegen dem Teepot zu verbrechen. Dann wird er mich nicht schmerzt. Okay, dann. Ich werde ihm keine Probleme sagen. Oh, Mann. Okay, okay. Ich werde ihm sagen. Aber er wäre besser so glücklich, dass er von dir nicht schmerzt wird, dass er mich nicht schmerzt wird. Also, Tschüss. Tschüss. Oh, Eben? Bevor ich gehe, wollte ich sagen, ich hoffe, dass du deine Freundin bald findest. Ich mag sie immer. Ich bin sicher, dass sie sicher ist. Sie kann sich selbst defendern. Nachher alles, sie ist ein großartiger. Danke, Bernie. Danke. Schmerzenfigur. Ähm, das können wir auch machen. Kurz hier reingehen kurz. Ne. Gut, das machen wir. Allerdings machen wir das natürlich, wie wir alle wissen, erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen diesmal und wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und gehen dann in die Spinne da oben rein und schauen mal, ob wir unsere Schwester dort finden. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.